Wusstet ihr, dass es einen Pilz gibt, der studienbasiert eure Hormone ins Gleichgewicht bringen kann? Er heißt Maitake oder auf Deutsch gemeiner Klapperschwamm. Ist seiner Wirkung nach aber sehr freundlich. Vor allem für Frauen. Er hilft, wenn du unter schmerzhaften Perioden leidest, PCOS, Endometriose, PMS oder Hauptproblem oder Gewichtszunahme während der Periode. Diese Studie hat sogar gezeigt, dass es bei Frauen mit PCOS zu einem Eisprung geführt hat, wo Medikamente versagt haben. Maitake verbessert die Durchblutung im Körper, wodurch der Körper besser entgiften kann und dadurch die Hormone besser ins Gleichgewicht bringen kann. Auf japanisch übersetzt heißt Maitake übrigens Dancing Mushroom, weil die Leute vor Freude getanzt haben, als sie ihn entdeckt haben, weil er all diese tollen Eigenschaften hat. Und auch wenn du jemand bist, der nicht unter schmerzhaften Perioden leidet, solltest du Maitake in deine Routine einbauen. Denn wir sind so vielen Hormondisruptoren in unserem Alltag ausgesetzt und alles, was den Körper beim Entgiften unterstützt und auch dabei unterstützt, die Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ist nützlich. Und das ist nützlich. Das war's für heute.